Was geht meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Way Out! Es geht direkt in der Action! Direkt in der Action! Ich glaube es wird Zeit für ein Drive-By! Es wird Zeit für ein Drive-By! Du hast es dir gewünscht! Ich wollte die ganze Zeit schon schießen! Ich wollte die ganze Zeit schon fahren! Du hast es geschafft? Ah, die kommen so nahe! Boah, Alter! Genau in dem Moment! Das muss ich sagen, wenn jemand ankommt! Ich sehe die nicht! Die Bullen! Junge! Boah, was ist das denn mal ein Farmer? Das sind alles Skills, die ich von Needless wie Payback habe! Also Leute, wenn ihr Bock drauf habt, gerne auch mal eine Playlist dazu abchecken! Immer wieder liebend gerne! Ich habe, ich habe doch das Gefühl... Das war zu eng! Need for Speed Payback! Das war... Schaut euch die Folgen gar nicht so zu lassen! Wie viel zu eng! Ich habe sogar auch eine Hupe! Kannst du die mal abschießen? Ich mach doch schon was ich kann! Geht das? Geht das vielleicht? Die klemmen uns hier am Hals, merkst du das? Junge! Das ist so schlimm! Handbremse-Action! Ich hing rund! Du lebst noch alles gut! Okay! Wir sind wieder drin! Wer hochzufall ist... Alter, was machen die? Was haben die für Speed? Ich kann mich nicht konzentrieren! Was? Der hat uns überholt, oder? Ja! Die fliegt von überall rein! Ich würde gerne nachladen oder sowas, aber das macht egal... Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein krasseres Kumpel! Okay, okay, okay! Jetzt, äh... Ein bisschen ruhiger hier! Ich gehe durch den Tunnel! Junge, wie offen muss ich eigentlich auf die Fahrer ballern? Ich glaube, die haben eine, äh... Du musst auf die Reifen schießen! Alter! Ich kann nicht fahren! Ich bin getrappt! Oh, shit! Ich konnte mich nicht mehr umdrehen! Ich konnte mich einfach nicht mehr umdrehen! Okay, direkt weiter! Aber diesmal... Wir sind schon über die Berge! Okay! Richtig geiler Checklist! Get on my way! Schieß ihn auf den Reifen! Die sind Eisfeld zu schieben! Ich habe eigentlich alle... Warte, was haben die für eine Geschwindigkeit? Das ist nicht normal! Versuch die Autos ein bisschen hier an die Seite zu schieben! Sehr geil! Okay, okay, das sieht gut aus! Get on my way! Hold on back there! This might get bumpy! I can't hit anything when you drive like that! I'm still with my... Junge, Junge, Junge! Es ist so cool, man! Oh, shit! Das sind Leute unter uns! Ja, die kriegst du aber nicht weg! Und wie ich die kriege! Einfach noch drücken! Oh, Gott! Dammit! You're okay back there! What do you think? You turned like an idiot! I'm trying my best hair guy! Hast du gerade echt gesagt, dass ich wäre ein Idiot fahre? Das tust du ja auch! Das sollte ich nicht nochmal rücken! Das kann nicht schneller passieren, dass du hier weg bist, als du hier bedenken kannst! Ach, scheiße! Ach, nein! Und zack! Die Neu-Reifen ist drin! Sag nochmal, dass du nicht wie ein Idiot fährst! Bleib da, wo du bist! Du bist okay? Ja, ja! Let's go! Komm! Wo laufen wir jetzt hin? Einfach innen! Ah! Warum ist das so ein krasser Splitspiel von unten nach unten? Man sieht nichts! Das ist richtig doof! Da! Wir haben ein Boot! Das ist ein Boot! Ja, das ist ein Boot! Rein da, rein da, rein da, rein da! Komm! 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 Ein! Kugel! Na, das ist echt so! So riskant! Ja klar, jetzt hauen die einfach mit dem Segelboot an! Ja, klar! Ja, klar! Ah, sind wir jetzt echt durch? What? Das kann doch niemals so einfach sein. Mit der Geschwindigkeit, Alter, der Baller wird uns vom Land auch noch anbreiten. Auch noch. Ich habe keine Idee, aber je weiter weg, je besser. Ja, ich glaube, du bist richtig. Okay, starte, Rowe. Wir gehen weiter. Was, wenn ich auf der Seite paddle? Nein, dann paddeln wir. Nein, 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 nein. Ja, okay, ich weiß. Genau, so. Pass auf, nein, wir müssen nach rechts. Guck mal, da wollen wir durch. Okay, da musst du nach links. Bleib links, bleib links, bleib links. Du machst links, ich mach rechts. Geil, das ist wieder so ein richtig schönes Gameplay jetzt. Jetzt hör auf. Ja, gerade jetzt, hier durch. Jetzt ein bisschen du. Du, du wieder ein bisschen. Ich mag nicht, ich mag nicht. Gut, dann schau dir das. Das sieht mir aus wie so ein Gefälle gleich. Kann das sein? Ja, sah mir auch so aus, aber wer weiß. Hey, Vincent. Ja. Du denkst, es gibt keine Beeren in diesen Walden? Es gibt wahrscheinlich Beeren. Wir gehen durch rechts oder links? Jetzt, äh, rechts. Okay, ich mach links, 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 ich mach. Du noch, ich mach. Wieso hast du das nicht gemacht? Go to the right. Okay, warte, wir drehen uns eben, wir drehen uns eben. Vergesst es, das war es jetzt. Looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. Stromschutz? Ja, komm, wir müssen, ja, genau, genau, genau. Gebe auf die andere Seite. Ach, du Scheiße. Gebe auf die andere Seite. Okay, jetzt bleiben wir so. Ja, mach, 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 du musst du, musst du, musst du, musst du. Komm links, komm nach links. Ja, warte, es reicht schon, es reicht schon, es reicht schon, es reicht schon. Es reicht, wenn du was machst. Die Strömung ist ja auch noch da, das reicht. Scheiße, scheiße. Das Fische? Mach, mach schnell! Was soll ich da machen? Du musst einfach nur links halten. Halt links, du musst einfach nur links halten. Ich hab rechts, ich hab rechts. Ich hab rechts. Boah, richtig. Nee, rechts, 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 rechts. Boah, richtig, richtig, richtig. Alter, mach du, mach du! Ich helfe dir mal ein bisschen, ich helfe dir. Warum können wir das nicht bremsen? Hä, wo waren wir da geraden? Gegen so einen Stein da vorne. Bleib links, links. Ich mach links, ich mach links. Ah, nein, 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 nein. Schlecht, schnell, schnell. Ach, du. Schlecht, schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Ey, ich will nicht untergehen. Nix, links. Bleib du rechts, ich bleib links. Bleib rechts, rechts, rechts. Ja, aber manchmal braucht man ja beide auf einer Seite. Beide, ja okay. Gerade jetzt, wo es schneller wird. Alter. Ok, das ist ok, das ist ok. Ein bisschen hier. Nein, 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 nicht zu viel, nicht zu viel. Alles gut aus, dann. In so einer scharfen. Guck, das ist ja jetzt hier, jetzt hier zu. Keine Neue Okja wir haben frei Wir sind echt noch aus noch ein Ja wir brauchen nichts Oh scheiße Wenn das kein Gefälle ist weiß ich nicht Ok ist echt ein Gefälle Ey wenn wir hier nicht überleben Doch ist doch ein Gefälle Ja, und knapp ist. Links, oder? Links, 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 links! Links, links, links! Jetzt, links, links! Wohin, wohin? Meiner kommt nicht nach links! Oh, guck, das war die Strömung, Walter. Warum zieht man ja nach rechts? So, links. Das war's. Das ist unser Untergang. Das ist einfach zu schnell. Das bringt einfach nichts, wenn wir beide da was machen. Doch, das müsste schon helfen. Nein, ich glaube, einer muss machen. Okay, dann teilen wir uns jetzt auch und bleiben auf der, ich auf der. Ich bleibe auf der, ich auf der, ja. Das ist unser Untergang, das ist unser Untergang. Wir sind noch nicht fertig. Warten wir die Szene schon? Nein, noch nicht. Siehst du neu? Ja, das war ja jetzt gerade, ja, wo der Waterfall schriegt. Hier sind wir gerade untergegangen, oder? Siehst du, du warst alleine, ich sagte links. Siehst, einige müssen in Ordnung raus. Wohin? Keine Ahnung. Links, 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 links. Watch out for the Rock! Alter, das ist so schlimm. Watch out! Alter. Jetzt geradeaus durch. Alter, nein, 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 nein. Zu viel. Okay, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Ich habe auch eine Mär. Ach du Scheiße. Das war's wohl. Ich habe doch gesagt, er ist irgendwann in Gefälle. Rausspring. Klar. Das ist doch so klar. Das ist doch so klar. Sprüge auf den Felsen. Ja, klar. Help me. I'm coming. Help me. Gib mir deine Hand. Vincent. Ich komme da. Genau jetzt fällt das Boot ins Wasser. Warum will ich schon hier nicht? Spring runter. Komm schon, Vincent. Jump. Jump to the left. Jump to the left when you do it. Spring down an links. Du riebst nur viel zu viel Widerstand aus. Ohhhhhhhhhh. Close, man. Das war aber sehr berechenbar, dass das Boot runterfällt. Ja, klar. Du bist okay? Vieles war bisher berechenbar. Oh, das war close. Oh, das war close. Das war close. Das war close. Das war close. Ah, wie krass, ey. Ich brauche eine Pause. Ich muss mich mehr holen. Das ist die Stadt, oder? Ich glaube schon. Ah, raus aus der Wildnis. Endlich in die Innenstadt. So? Ah. Was passiert jetzt? Trennen sich unsere Wege? Das ist die Frage. Aber wir wollen doch Harvey zusammen umbringen. Ja, aber... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja, was du denkst. Aber gehen nach Harvey, wird nicht einfach. Ich weiß. Aber ich gehe nach ihm. Mit oder ohne dich. Du willst ihn tot enden? Ich will ihn weg. Er ist ein kohol-blooded-killer. Der Welt wird ein besserer Ort ohne ihn sein. Du hast mir nie gesagt, Leo. Was ist deine Geschichte mit Harvey? Hmm. Before ich mich verletzt, ich und Harvey haben einen riesigen Wert gemacht. Bank Job? Nein. Das ist dieser Orlov, den er verkaufen hat in den Arabern. Stimmt. So, was hat passiert? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Cool, dass man so einen Rückblick hat. Richtig nice. Das ist der Käufer, ja, ne? Ich sehe ihn schon von seinen Koteletten, Alter. Ja, Mann. Aus drei Kilometer Entfernung. Das sieht immer noch gleich aus. Immer noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ihn erschießen wird, oder so. Irgendwas mit einer Waffe, oder Bullen, oder so. Natürlich ist es. Du kannst immer mir vertrauen. Aber ich bin niemandem vertrauen, mein Freund. Hier geht's. Ich habe gesagt. Was denkst du? Was denkst du? Es ist mehr als ich dachte. Es ist. Ich habe es mit Ihnen zusammengebracht. Du auch. Gib mir die Brücke! Was die Blocke machst du? Gib mir die Blocke, Leo. Hand es jetzt. Jetzt. Du bist Leo, ne, vergiss nicht für den Fall, dass was passiert. Was ist das? 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 Geige mich. Er ist derjenige, der mich bin. Ich mache Dinge gut. Für mich. Für meine Familie. Boah, ich bin richtig drin in der Story, ey. Ich bin richtig drin in der Story, richtig. Ich gehe nach ihm. Okay. Okay. Wo können wir den Ray finden? Keine Angst, er wird leicht zu finden. Aber ich muss sicher, dass meine Familie安全 ist. Natürlich. Los geht's. Are you ready, Bro? I'm so ready. Okay, zusammen. Das ist der Sohn. Ja, das haben wir aufzumessen. Don't go too far, Alex. Sie hat doch schon Sugar. Mom? Mom! Ah, sein Vater. Was ist es, Honey? Was ist falsch? Da hinten sieht man schon. Krass, ey. Oh, shit. Alex? 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 Jetzt hat er verkückt. Leo. Kann ich dir etwas persönlich fragen? Ja, sicher. Soll ich mir etwas sagen? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist nicht nach dem sie, nach allem, nachdem alles fertig ist. Sie haben jetzt Harvey gefunden, die wissen, wo der ist und die können mit dem Flieger dahin, weil Harvey abgehauen ist, deswegen haben die auch die Westen, die Schutzwesten an. Waaaahhh. Es hat immer uns gegen die Welt gewesen. Es ist noch immer. Nichts egal was. Das ist nur so wie es ist. Das klingt großartig. Was ist denn? Haste eine Augenhöhe für meine Familie. Es ist eine Frau und ein Junge. Sogar in diesem Größen. Sie wissen nicht wo sie leben? Sie mussten gehen, während ich da drin war. Entstanden. Mal schauen uns nur. Ich bin sicher, dass wir sie sehen. Ja. Äh. Der Leben sieht aus hier. Hast du das richtig? Ich nie gesehen, dass es das wie das vorher. Oh ja? Das ist richtig auf links, oder? Oder laufen wir zusammen? Wir werden doch getrennt, oder? Du solltest dich glücklich sein. Ich bin großartig, dass du da bist. Du sagst dir das immer. Auf jeden Fall, lass uns deine Familie finden. Ich bin sicher, dass du einen schweren Tag hattest. Aber ich schaue jemanden. Eine Frau und eine... Eine Frau, oder? Ich hatte eine schöne Frau. Geld und... Schau mich an jetzt. Du hast dir auch richtig coole Leute da gefunden. Okay, wir sind einmal mit dem Block laufen. Aber ich habe meine eigene Probleme. Ich schaue meine Frau. Bist du rich? Was muss das mit allem tun? Wenn du bist, und dann gehst du schlecht, dann wird sie dich verlassen. Du weißt was? Ich lasse dich damit. Ich werde seinen Schein. Hast du ihn gesehen? Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, was er aussieht. Er ist leicht zu erkennen. Er aussieht wie ein großartiger, schütterer Asshole. Okay. Crystal clear. Ich lasse dich wissen, wenn ich ihn sehe. Baseball spielen. Ich spiele ins Baseball. Hey. Hey, what's up? Schlagen. Ich komme auch. Ja, go ahead. Während er in seiner Familie sucht Baseball spielen. Ja, ja, das kann ich mir auch gerade. Ich muss erstmal einen Ball fangen. Chill. Jetzt. Boom. Das war nicht verdreckt. Ja, 40 points. 139. Leo, du gehst ja ab wie Schmitz Katze hier. Kack, kack. Kack, kack. Kack, kack. Du hast sie. Ja, das ist er. Hey Leo. Ich denke, ich sehe deinen Kind dort. Let's check it out. Ich will auch Baseball spielen. Chill. Na, na, na. Ich hoffe, ich kann auch noch mehr zu spielen. Hier wurde irgendjemand gerade geschlagen oder irgendwie was war hier. Ich habe so eine schreiende Frau gehört. Da. Hörst du das? Ja, ich habe sie auch gehört. Oder war das bei dir? Weißt du? Also ich gehe mal hier runter. Hier sieht alles fein aus. Hallo, das ist meine Gegend auch. Ja. Hey, äh, was ist da passiert? Nicht wahr, was ist da passiert? Was willst du denn? Nein, nein, nein. Wissen Sie, die Frau sind hier drin. Was willst du? Kletus, komm mal, Mann. Du, mit deinen... Du, mit deinen... Nein... Okay. Okay, ich muss jetzt gehen. Ja, Kletus, du kannst gehen. Kletus, hau ab. Das ist die Frau sein. Hey, ich muss dich erzählen. Hey, was ist hier? Ach so, geh mal zu der anderen Frau, geh zu der Frau, die vorhin ihren betrügerischen Mann gesucht hat. Du kannst ihr jetzt sagen, wo der Mann ist. Nein, aber das war doch kein fettes kleines Arsch. Vor allem seit, warum soll der nebenan sein? Er hat es doch gerade selbst gesagt, Mann. Siehst du, Homerun? Ach nee, der auch. Da, jetzt guck jetzt, Xie. Nein, oder? Lass mal gucken, wie sie ihn verprügelt. Wollte ich jetzt auch. Hier, jetzt haben wir zwei Dingens auf einmal bekommen, weil ich mit meinem Homerun... Komm rüber, komm rüber. Ich will die Schlägerei sehen. Du bist auch nur auf solche Sachen ausgerichtet, ey. Lass uns näher miteinander chillen, komm ein bisschen näher. Was the hell are you doing? Martha. Ich will das eh nicht sehen. Können wir die Tür aufmachen oder so? Ich würde sie nicht aufmachen. Aber die werden verprügelt. Was ist das? Man kann durch die Fenster sehen. Ah. Nein, das sind wir. Nein, das sind nicht wir, oder? Doch, das sind wir. Ah ja, doch. Okay, vielleicht war es das auch schon. Ich dachte, ich sehe eine Fetzerei. Ich will Bessball spielen, aber. Du kannst ja noch weiter chillen und gucken, ob da überhaupt noch jemand rauskommt. Hallo da, Sir, kann ich... Ich glaube, das war es eh. Hi there. Hey, Mann. Kann ich einen... Kann ich einen... Kann ich einen... Kann ich einen... Sure, ich will einen... Hier. Thanks. Wie geht das nochmal, dass du? R2? R2 bei dir. Okay, ja, gut. Oh, krass. Ich wusste nicht, dass man noch höher schlagen kann. Ah, der war zu früh. Trotzdem 15 Punkte. Komm, einfach zu spät. Leo, was machst du? Ja, eben am Spucken. Boah, 112 Gibi, Alter. 130. Komm über deinen Homerun, Alter. Ich wusste nicht, dass man höher schlagen kann. Ich habe einfach nur irgendwie geschlagen. 124. Was bedeuten die Punkte, ich verstehe, dass ich... Achso, die Punkte für den einzelnen Schlag, oder wie? Es gibt so viele Minigames, die man eigentlich nicht so machen kann. Ja, ich weiß. Was soll das denn heißen? Warum komme ich nicht über deine 100... Überall diese ekelhaften Autos, ey. Was erwartest du? Das ist das 60. 1960. Hey, ich habe mich für jemanden. Wir haben dir doch schon gefunden. Ich weiß, aber... Eine Frau und ein Junge, so großartig. Hast du sie gesehen? Ich habe die Typen getroffen. Ich verstehe nicht, wie du so auf die 179 gekommen bist. Ich verstehe das nicht. Das war doch perfekt. 188, Alter. Jetzt geht sie ab, sag ich dir. Jetzt muss ich nur noch geile stehen, Alter. Dann erzähle ich dir, was ich weiß. Hast du das? Komm schon, Mann. Höchst du nicht. Ja, das ist gut. Das ist ja nicht einfach nur schlagen. Okay, ich höre auf. Das ist ja einfach nicht nur schlagen. Okay, bye-bye. Das ist ja auch üben, mit Baseballschlägen ins Gesicht zu hauen, oder so. Weißt du, für den Fall. Trick 17. Okay, äh, Leo. Ah, man kann sogar auch werfen. Lass uns das anspielen. Okay. Wie kann man hören schlagen? Ich habe keinen einfach so hoch, links, rechts, tiefer oder so. Ich glaube gar nicht. Der kommt jetzt mit Drall. Hast du es gesehen? Der kommt jetzt mit Drall von unten. Der kommt von unten nach oben. Was ist das für ein Scheiß? Du kriegst ja nicht, weil ich den mit Drall schlage. Gut. Ich habe das gesehen. Guck mal vernünftig, Mann. Okay, okay. Wie mit... Was meinst du mit... Guck, der geht von unten nach oben. Wie stellst du denn da ein? Oh, ja. Einfach so mit Drall. Oder ich mache den ganz normal. Dann fliegt er gerade, siehst du? Guck mal nochmal. Ich kann ja noch von rechts nach links. Guck. Boom! Das ist ein bisschen zu früh. Ich werde dich schon noch kloppen. Wie kann man das aber, ich verstehe das nicht, was Ausschlaggebend dafür ist. Wann du triffst. Meinst du? Mhm. Nicht wohin du schläfst, ne? Ich glaube nicht. Alter! In deine Fresse! Das war doch locker, warte mal eben, warte mal eben. Das war doch locker so'n 131, oder? Willst du einfach gucken, wieviel das war? 90. Oh, ja! Kerbal! Alter, wir werden nicht besser. Wie hast du 188 gekauft? Ich weiß, ich hab da auch geschlagen. Ich hab einfach nur versucht, so spät wie möglich. Millisekunden später. Okay, dann mach mal. Okay. Oh, ja! Ja! Warte, ich will gucken, was das war. 214. Komm her. Boom! Danke. Du bist willkommen. Ich bin gut. Sicher. Nice batting. Hey. Hey. Willst du versuchen? Ja, sicher. Hier geht's. Danke. Wir müssen mit der Folge auch gleich zu Ende kommen. Langsam, aber sicher, sonst wird zu viel. Kann ich mal fragen? Ja, sicher. Hier. Danke. Ich bin gut. Ey, entspann nicht. Ach, das meinst du mit. Ja. Ja. Got it. Warte. Nice. Come on. Nice. Warte. 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 Komm mal. Komm mal. Komm mal. Mach. I'm gonna top that. I'm gonna top that. Okay, du kriegst noch sieben Schläge. Warte. Sechs. Warte, warte, warte. Ich verstehe aber nicht. Warte doch mal. Ich verstehe nicht. Ach so. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Du machst nur... Du übst nur Druck aus. Warte. Warte. Komm. Mach. Dein letzter Ball. Warte. Wie war das? Neunzig im Volltreffer. Warte. Du musst dich ausrichten. Das wird sowieso nichts, aber egal. Du kannst ja nichts ausrichten, glaube ich. Ja, doch. Komm. Jetzt. Gib ihm. Gib ihm. 1. Got it. Thanks. I'm done. Okay. See you around. Okay. Bye-bye. Wo ist eigentlich meine Pumpgun? Bruder. Ach ja, ne? Die ist weg. Ach so. Ja, stimmt. Auch da der im Auto drin, glaube ich. Ja, die war ja im Auto drin. Als er da runter hing. Wo war das denn? Ich würde sagen, wir haben jetzt deine Familie gefunden. Bevor wir jetzt da runter gehen und das weiter geht, würde ich sagen, setzen wir hier doch einen Cut und machen doch noch nachher weiter, oder? Was hältst du davon? Alles klar. Wir haben jetzt aber eine andere Familie zusammengebracht, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Also wir haben hier unseren Zweck sozusagen erfüllt. Ja. Ja. Teilweise. Und den wahren Zweck erfüllen wir jetzt in der nächsten Folge. So Freunde, dann setzen wir hier einfach nochmal den Cut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war's von dieser Folge. Wünsche und Anregungen gerne unten in die Kommentarbox. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. ERA ist Rapper bzw. Musiker. Seinen Link zu seinem YouTube-Channel werde ich auch unten in die Beschreibung packen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Wir küssen euch auch. Ciao.